Halli Hallöchen meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Heidi 2 So, hier im, im, äh, Utility Raum gibt's gar nichts Hier haben wir wieder Salami Die andere Seite der Salami, da hängt der eine Oder? Weiß ich nicht Was war eigentlich das hier? Achso, hier das Gitter So, wir sind auf der Suche Nach dem Raum mit dem roten USB-Slot Die Frage stellt sich nur, wo war das? Was ist Accounting? Rezeption, äh, komm, dann gehen wir mal zurück Und gehen mal hier lang So, dann kommen wir hier Wo kommen wir hier hin? Da, da, da Ich muss halt jetzt leider, tut mir leid Alles nochmal abgehen Bis wir eben die Räume gefunden haben So, dann schauen wir hier mal auf die Karte Wenn wir plötzlich angegriffen werden, dann wissen wir auch wieder Dass wir richtig sind Ähm Nein, hier war gar nichts Da hinten geht's zurück Wo kommen wir hier lang? Hat's hier irgendwo einen Plan vielleicht? Oh, hier ist Zeit für Aggression Level 2 So, dann sollte da unten Jetzt sind wir hier Hier sind wir ja auch schon mehrmals im Kreis gerannt Überall Das ist dieses So, was ist das? Das ist ein Raum Ein Speicherraum, ne? Motorix Da ist es nicht Ja, was haben wir denn hier? Pots Aggressoren Repairs robotic injection QA Quality Zwei Wo sind wir? Projektion ist hier direkt dran Wir stehen neben Projektion Muss Projektion Fünf Hier Also da lang Hat er sich gerade bewegt? Oh Er wurde gekillt So, dann gehen wir mal hier lang Okay Wie sieht's hier aus? Rehab Quarantäne Drugstore Plastics Celebrallockers Ach ne, genau Hier bei Pool Hier ist aber auch kein Pool Aber bei Pool Da gibt's die Hellgrüne Ja Die hellgrüne Schlüsselkarte Was ist das? Habitat So, da kommen wir wieder zurück Ich muss diesen Raum finden Bei Security waren wir schon So, jetzt sind wir wieder hier Dann gehen wir mal Vorhin waren wir hier Dann gehen wir jetzt mal nochmal hier lang Ach, das ist wieder Rezeption Ah, man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man ist das ein verdammter Irrgarten So, hier waren wir auch schon Das ist wieder rot Ein Flowplan wäre gut Ah, hier haben wir einen Hier gibt's den Pool Ja, der Pool ist gut Da wollen wir hin Das ist hier Pool Kitchen und Storage Nein, hier ist kein Pool Hier ist der Pool Sehr gut, hier beim Pool irgendwo sollte die grüne Schlüsselkarte sein Die Frage ist nur, wo? Er hat geschrieben im Pool Oder Hellraiser, du hast geschrieben im Pool Also, das hier ist der Pool, oder? Hier ist nichts Hier ist auch nichts Ich bin im Pool und hier ist nichts Hier vielleicht irgendwo Oder hier Nee, hier ist keine grüne Karte Hier vielleicht irgendwo Nein Das hier ist Pool Technik Das hier ist Bettchen Bettileinchen Oh, jetzt kommen wir hier wieder raus Aber Pool, also komm Pool ist ja nicht so groß Ist da noch was? Hier, nein Die hellgrüne haben wir noch nicht Nur die, äh, normalgrüne Also hier unten ist nichts Oder habe ich die schon Und bin zu blöd Nee So, hier ist auch Kann man hier irgendwelche Spinde aufmachen Oder so? Das wäre natürlich Sehr gemein Sehr gemein Der macht gar nichts Oder macht er was? Nö So blöd, dass die Schalter immer nicht beschrieben sind So ist das hier auch noch Pool Das ist Storage Tja, hier bei Pool ist nichts So leid es mit Hut Keine hellgrüne Schlüsselkarte In der Küche war nur das Messer Cafeteria war auch nichts Wo, achso, von da kamen wir ja Dann schauen wir doch mal Nochmal hier lang So, da kamen wir nicht durch Da kamen wir nicht durch Also sind wir hier durch Dann sind wir hier bei der Bar Durch die Klos Hier ist auch nichts Hier hingekommen Hier war auch nichts Moment, liegt da was oben drauf? Was ist das? Ach, nur irgendwelche Wet Floor Schilder Oh Mann Hier, was ist das? Reinigungsmittel Da ist so viel verwirrendes Zeug drum rum So, dann sind wir hier Und dann waren wir hier Ah ja, genau Hier Haben wir auch noch nicht Geschaut Gut So, hier war ich drin Dann schauen wir mal hier rein Da sind wir hier Und von da kamen wir, ne? Von hier sind wir gekommen, oder? Ja Das ist so verwirrend hier alles Mann So, was ist hier oben? Hier ist dieses hellgrüne, ne? Ja genau, hier Das mintgrüne Die mintgrüne Karte Und die haben wir ja eigentlich So, da kamen wir noch nicht rein Hier kamen wir rein Da war aber nix Da geht's wieder in die Bar zurück So, dann gehen wir mal Hier runter Ach, da war nur unten Moment, ist das offen? Achso, das ist das hier Ganz unten ist ja auch nochmal was Das dann aber zu war, ne? Ja, ist auch noch zu So, was war hier? Aha Dieses Arztding Pharmazie Da kommen wir auch nur mit der mintgrünen rein Ja Und Konversion ist auch noch zu So, was war hier? Hier ist nichts Ei, 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 ei Restaurage Migration Quarantäne Hier war doch noch Bei Mokwe War doch hier auch noch mintgrün Genau So, das ist Obduktion 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 Hier können wir auch nichts machen Da haben wir noch nicht das nötige Was auch immer So, jetzt sind wir wieder hier in der Lobby Technik Technik war nix, ne? Kommt man nur von Dem dunklen Raum anscheinend rein So, wo war der dunkle Raum? Hier bin ich Die dunkle Raum war oben, ne? Das war der Gasraum, ne? Diagnostics Office Workshop Warehouse Aggression Aha, jetzt sind wir hier Da waren wir auch schon Zweimal jetzt Oh Mann ist das Verwirrend Echt Okay Wo sind diese dunklen Räume gewesen? Verdammt Bei diesen Robotern Bei den Robotern Naja gut, dann Ich wollte jetzt eigentlich diese Chipkarte suchen Oh War die vielleicht hier? Ne, das ist Injection Also hier, da waren die Roboter Ja, da weiß ich Da geht es dann runter Und da kommen dann die dunklen Räume Motorix War hier Und hier geht wieder irgendwas zugestimmt Naja gut, dann Gehen wir halt mal Die Dunkelheit erforschen Achso, ich sollte vielleicht mal speichern hier Wäre gar nicht schlecht Wenn ich noch wüsste, wo Oh, nein Ah, ich rufe doch hier Da sind wir richtiger Äh Äh Hier Ah, Quality Da war aber auch nichts mehr Nee Von da kam ich Oder kam ich von hier Das ist die andere Seite von neben da Äh Wo war denn hier Utility 4 Und wo sind wir? Hier Utility ist da hinten Ja, aber hier konnte man doch nicht speichern Ganz und gar nicht Packing Da konnte man speichern Oder? Hey, nein, auch nicht Hä? Jetzt Kann ich mehr Wo war das? Verdammt Hier war es denn Ja, und da geht es auch runter Dann nochmal So, hier einmal Da einmal speichern So, die hier ist Ist geladen Sehr gut Äh, und dann Hä, nee Ach doch Ist, glaube ich Ja, ist richtig Ja, genau So, dann Gehen wir mal runter So Schauen wir doch mal Was wir hier so finden Pipes Control Da kann ja eigentlich nicht so viel sein Ah So sieht es hier also aus Ist aber leider auch zu Hier ist so ein komisches Rad Sehr merkwürdig Ey, die sieht aus wie bei Splinter Cell Haha Cool Okay, dann Office Oh, hier liegt noch eine Mine Lassen wir auch mal liegen Aha Hier brauchen wir dieses Rad, oder? Wobei, das Sagt Akku Depot Was erwartet Was erwartet Im Depot Hilfe Alter Schwede Ist nicht euer Ernst Alter, wie viele Junge, Junge Okay Keine Munition mehr Schlecht So, Augen offen halten Rote Farbe Rote Farbe Was ich denn mit der roten Farbe Hör mal Gerade aufs Handy geschaut Deswegen kurz angehalten Ich will doch keine Ah, Moment Mit der roten Farbe Kann man glaube ich auch Rote Munition machen Aber ich weiß nicht Ich äh, äh Alter Rot und Gelb Tja, jetzt bräuchte ich Bräuchte ich nur was zum speichern Dann gab Rot und Gelb Gab doch die Munition Gab doch die Munition, glaube ich Ah, wir haben ja sogar noch zwei Stück Ich dachte, wir hätten keinen Inventarplatz mehr Was hier? Da liegt auch noch eine Erdnussbutter oder so Okay, also dann Wo ist jetzt rot? Wo war rot? Hier So, lass mal gucken Nein Jawohl, doch blau ist auch Blau ist auch okay So Gut, meine Freunde Dann würde ich mal sagen Machen wir hier eine kleine Folgenpause Und sehen uns dann morgen wieder Wenn es wieder heißt Time to play Hier bei Heidi 2 Und bis dahin Macht's mir gut Hier im Dunkeln Tschüss